Ich bin heute in 200 Metern Höhe unterwegs und fahre über die Kieler Woche. Unser Pilot ist heute Hennag. Hallo Svea! Faszination Ballonfahren, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man mal erleben. Aber das habt ihr ja eben beim Start auch schon zum Ausdruck gebracht, wie faszinierend das ist, wenn man plötzlich abhebt und über den Dingen schwebt und so ein bisschen den Alltag wirklich unter sich lässt und zurücklässt und ja, frei in der Luft schwebt. Für heute ist es natürlich besonders schön, wir sind hier mit knapp 30 Ballonen in der Luft. Das ist faszinierend. Also auch für Ballonfahrer immer wieder faszinierend, wie man sieht, wie so ein Pulk von Ballonen hier über die Stadt oder eben jetzt hier über Kiel und über die Förde rüberschwebt. Das ist schon schön. Wir sind nun wieder sicher gelandet und ich habe nun einen der wichtigsten Jobs und zwar die letzte Luft aus dem Ballon lassen. Es hat super viel Spaß gemacht, ich kann es jedem weiterempfehlen und gute Fahrt! Tschüssi! Untertitelung des Zunderts